Test-Sendung des Deutschen Wetterdienstes. Sendezeit von 6 bis 6.30 Uhr und 12 bis 12.30 Uhr UTC über Radio-Wetterfunksender Pinneberg auf 5905 Kilohertz. Sie hören die Wetterlage für Nord- und Ostsee, herausgegeben am 12. Dezember um 15.30 Uhr. Tief 995 Bodnischer Meerboote, absprechend, langsam süd-ost-ziehend. Alpenhochkeil 2020 Nordwestdeutschland, 2012 Wiking, rasch Ostschränkend. Sturmsief 1003 Iwesche See, vertiefend, rasch Ost-Süd-Ost-ziehend, morgen Mittag 998 Polen. Warnfront 2020 Temse, ostschränkend. Kaltfront 2010 Süd-Irland, nachfolgend. Nächste Aktualisierung heute Nacht bis 1 Uhr. Sie hören die Vorhersage bis morgen Abend für die Seegebiete Deutsche Bucht, südwestliche Nordsee und Fischer, herausgegeben am 12. Dezember um 15.30 Uhr. Vorhersage bis morgen früh, Deutsche Bucht, Anfangs Südwest 4, sonst wechseln Richtungen. Vorhersage bis morgen.